Jetzt geht's los! Aktuelles vom SV Rödinghausen wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Dienstagabend, 19.30 Uhr und ein ziemlich volles Hecker-Wien-Stadion zum Nachholspiel vom 24. Spieltag. Für den SV Rödinghausen geht es gegen die U23 von Borussia Dortmund, die auch einige Anhänger mitbrachten ins Hecker-Wien-Stadion. Tolle Stimmung bereits von Beginn an. Keine leichte Partie für den SV Rödinghausen, der bisher bei allen fünf Aufeinandertreffen gegen den BVB noch nicht gewinnen konnte. Die Anzeichen waren aber gar nicht so schlecht, dass sich das hier heute ändern könnte. Marius Bülter direkt zu Beginn kommt er hier zur Fall und es gibt eine richtig gute Freistoßposition für Tobias Steffen. Eindeutig eine Qualität des Siebeners des SV Rödinghausen. Steffen legt sich den Ball zurecht. Steffen gegen Dominik Reimann im Tor des BVB. Tobias Steffen, da macht er sein Tor und es ist noch nicht mal eine Minute gespielt. Ein unglaublich früher und wichtiger Treffer für den SV Rödinghausen und auch noch ein besonders schöner dazu. Wir sehen ihn in der Wiederholung, Tobias Steffen. Mit Hilfe des Pfostens macht er den hier rein. Klasse Treffer und ein toller Start für den SV Rödinghausen in diese Partie. Daraufhin der BVB aber natürlich bemüht, um hier ins Spiel zu kommen. Der Ball hier zunächst reingechippt. Und hier ein Handspiel dann von Velagic. Ebenfalls eine gute Freistoßposition also für den BVB. Den Ball legt sich hier dann jetzt Massimo Ornatelli zurecht. Gut 18 Meter vor dem Tor, Ornatelli. Der zirkelt den zwar an der Mauer vorbei, aber auch direkt in die Hände von Keeper Jan Schönwälder. Dann erneut Borussia Dortmund im Spiel nach vorne. Guter Ball hier in die Spitze auf Beiland Beiner. Aber der SVR entschärft die Situation hier gut. Geht in die andere Richtung. Per Kopf zunächst wieder zurück. Und dann gibt es hier ein Foulspiel. Erneut ein Freistoß für den BVB. Wieder ausgeführt durch Ornatelli. Der bringt den Ball hier lang und weit hinein. Velagic etwas unglücklich. Und da ist dann Evangelis Pavlidis. Er macht hier den Ausgleich. Der SVR also nicht mehr in Führung. Borussia Dortmund mit der Antwort. Auch nach einer Standardsituation. Velagic hier unglücklich. Das wollte er bestimmt nicht so. Und dann ist da Evangelis Pavlidis eben einfach an der richtigen Position, um hier den Ausgleich zu erzielen. Dann der SVR über Kevin Harder. Velagic dann auf der anderen Seite. Ach so Velagic. Gute Möglichkeit. Das kann er ja. Die Schüsse aus der Distanz. Aber hier nicht von Erfolg gekrönt. 1 zu 1 der Halbzeitstand hier im Hecker Wien-Stadion. War schon viel los. In den ersten 45 Minuten und auch im zweiten Durchgang sollte das so weitergehen. Zunächst Borussia Dortmund. Flanke kommt hier in den 16er Kopfballmöglichkeit. Aber der Ball von Chato Guangdong geht hier am Tor vorbei. Abschlag dann vom BVB über Umwege. Geht er zu Ornatelli und der spielt auf die linke Außenbahn. Jonas Ahrweiler ist das. Der guckt nochmal in die Mitte und findet da Barlins Beiner. Und der trifft zum 2 zu 1. 55 Minuten gespielt. Der BVB kommt hier besser aus der Kabine. Wir sehen hier in der Wiederholung dann den Treffer von Beiner gegen die Laufrichtung von Keeper Jan Schönweld. Aber er wäre fast noch dran gewesen. Schade für ihn. Schade für den SVR. Die Führung also für den BVB. Dann Marius Bülter auf der anderen Seite. Macht das hier gut. Bringt die Flanke hinein. Engelmann und Lunga. Der inzwischen in die Partie gekommen. Kelly Lunga. Macht das hier richtig gut gegen seine Gegenspieler. Lässt da gleich 2 stehen. Zieht in den 16er hinein. Findet dann aber zunächst keinen Abnehmer. Ball scheint geklärt. Und dann nochmal Möllering. Mit einem Kopfball. Der aber zu ungefährlich. Dann Borussia Dortmund. Hier über Pettersen, Chato und Gwendong. Ball auf die linke Seite zu Diekmann. Der setzt sich hier gut durch. Und dann der Abschluss. Durch Pavlidis. Er hat ja schon das erste Tor für den BVB erzielt. Sein zweites Feld hier nicht. Erneut Borussia Dortmund. Aber da ist Koray Kacinoglu. Der rutscht zwar nochmal weg. Aber zusammen mit Langemann kann die Situation hier geklärt werden. Über Velagic geht es dann schnell nach vorne. Langer Ball auf die Außenbahn. Und dann gibt es hier ein Foulspiel an Kapitän Flottmann. Das hat zur Folge, dass es eine Freistoßgelegenheit gibt für den SVR. Und das aus richtig guter Position. Dem Ball legt sich hier Asur Velagic zurecht. Und jetzt folgt quasi eine Kopie des Treffers vom letzten Samstag. Denn da ist wieder Daniel Flottmann. Und er macht den Ausgleich. Freistoß Velagic. Tor Flottmann. 83 Minuten sind hier gespielt im Hecker-Wien-Stadion. Und es wird nochmal richtig, richtig spannend. 2 zu 2 der Spielstand. Herrlicher Kopfballtreffer von Flottmann. Flottmann durch die Arme quasi von Dominik Reimann. Der Kapitän macht den so wichtigen Ausgleich. Die letzten Minuten sollten dann aber nochmal richtig spannend werden. Beide Mannschaften wollten gucken, ob hier nicht noch mehr geht. Schönes Zusammenspiel zwischen Lunga und Kacinoglu. Der bringt die Flanke. Und Engelmann, der kommt hier leider nicht zum Abschluss. Wird hier daran gehindert, aufs Tor zu schießen. Auf der anderen Seite dann Borussia Dortmund nochmal. Mit dem Ball hier in die Spitze. Noch nicht so richtig geklärt. Da ist irgendwie Pavlidis, aber auch Kalkan. Und er hat die Ruhe weg. Spielt den Pass da auf Kacinoglu. Und dann geht es wieder nach vorne. Über Lunga und über die rechte Seite. Lunga gegen Ornatelli. Und das sollte dann der letzte Zweikampf an diesem Tag gewesen sein. Der SVR trennt sich 2 zu 2 unentschieden von Borussia Dortmunds U23. Bereits am kommenden Samstag geht es weiter für die Wien-Elf. Dann geht es zum Auswärtsspiel nach Essen zu RWE.